Hallo, ich bin der Thomas. Mit meiner Transidentität hatte ich nie irgendwie großartig Probleme gehabt. Nur ein einziges Mal, und zwar war das bei meinem Ferienjob, als ich meiner Chefin gesagt hatte, dass ich krank bin und an dem letzten Wochenende nicht arbeiten kann, hat sie sich dann einfach irgendwas gesucht, womit sie mich dann beleidigen könnte und hat sich dann auf meine Transidentität gestürzt. Und mich hat das im ersten Moment gar nicht so angegriffen, aber ich habe das Freunden erzählt und die meinten, hey, du musst doch das melden, weil es einfach wichtig ist, das kann ihr nicht durchgehen, dass sie sich so aufführt. Und dann habe ich das auch getan. Auch wenn man es selber nicht als diskriminierend empfindet, sollte man es trotzdem melden, weil man auch eventuell andere dadurch schützen kann. Und dann habe ich das auch getan.